Präsentiere wie ein CEO. Nutze die Strategien, die Menschen angewandt haben, um erfolgreich zu werden, um in ihre Position zu kommen, wie das Leben einer Vorstandsvorsitzenden zum Beispiel. Darum geht es in diesem Video. Ich habe Nina Klingspor interviewt. Sie ist 49, Vorstandsvorsitzende der Allianz Private Krankenversicherung. Und sie hat dutzende Präsentationen halten müssen vor Vorständen, natürlich vom eigenen Team, auch auf ihrem Karriereweg. Sie war sogar Büroleiter von Michael Diekmann, dem großen Allianzboss, der inzwischen Aufsichtsrat ist. Und sie weiß, wie es geht. Sie ist auch gescheitert. Und meine drei Top Learnings aus dem Gespräch plus ein Bonus für alle, die sich schwer tun beim Netzwerken. Jetzt in diesem kurzen, knackigen Video. Learning Nummer 1 von Nina Klingspor. Investiere mindestens eine Viertelstunde in die Zielgruppenanalyse. Was heißt das? Überlege genau, vor wem du sprichst. Vor Eltern. Wenn du Lehrerin bist, referierst du anders als vor Schülern. Vor Kunden präsentierst du anders als vielleicht vor Kollegen, die dich ohnehin lieben, die du gar nicht mehr von dir überzeugen musst. Nina Klingspor hat mir im Podcast-Interview erzählt, dass sie echt grandios gescheitert ist bei einer Vorstandspräsentation, obwohl sie gut vorbereitet war vom Inhalt. Aber sie sagt, und das ist Learning Nummer 1, das gehört eben dazu, sie hat sich zu wenig Gedanken gemacht. Wie formuliere ich, welche Sprache sprechen die in diesem Gremium, die mir gerade zuhören im Vorstand? Und das heißt jetzt für dich nicht, dass du auf einmal hochgestochen formulierst, wenn du vor lauter Professoren bist. Aber überlege, wie denken die, was wollen die gerne hören, ohne sie vollzuschleimen, aber welche Schlüsselworte funktionieren bei denen? Bei Managern. Effizienz und Produktivität. Muss natürlich alles aufladen. Aber was ist der Mehrwert für deine Zielgruppe, wenn sie dir zuhören? Da eine Viertelstunde am Anfang schon, während du vorbereitest, während du formulierst, mehr rein investieren, dann senkt das deine Chance oder im Prinzip die Bedrohung zu scheitern. Also, das ist Learning Nummer 1. Learning Nummer 2, Vortrag schreiben in gesprochener Sprache. Gerade wenn es was Wichtiges ist, schreibe ihn dir auf, aber nicht im Schriftdeutsch, sondern spreche es laut vor dich hin, während du im Laptop sitzt oder vielleicht diktierst du es ins Handy. Habe den ganzen Vortrag in deiner Spreche drauf. Dann kannst du ihn auch halten, hat Nina Klingspor auch gesagt. Wichtige Präsentationen hält sie auch heute noch 2, 3, 4 Mal vorm Spiegel. Oder mein Tipp, mach es wie ich hier im Smartphone. Da kannst du dich überprüfen. In deiner gesprochenen Sprache nichts vorlesen, sondern das Ausformulierte erzählen. Denn du hast es durchs Aufschreiben automatisch schon viel mehr im Kopf, wenn es deine Spreche ist. Das ist Erkenntnis Nummer 2. Sie sagte, verlabere dich ruhig ein paar Mal, labere es vor dich hin. Aber so gewinnst du die Sicherheit. Learning Nummer 3. Habe den Anfang auswendig drauf. Das macht die Vorstandsvorsitzende der Allianz Privaten Krankenversicherung heute nach wie vor bei einer wichtigen Präsentation. Den Anfang hat sie im Kopf und ich bin ihr so dankbar, dass sie das bestätigt. Weil da gibt es hier in dieser Rhetorik-Trainer-Branche zwei Fraktionen, die einen sagen, um Gottes Willen, wenn du den Anfang auswendig lernst, dann denkst du nur noch dran, okay, was muss ich sagen und dann kommst du in die Panik, weil du vergisst, wie der Anfang war. Aber es geht nicht darum, die ersten fünf Minuten auswendig zu lernen. Es geht um den Anfang, die ersten 30 Sekunden, die ersten fünf bis zehn Sätze. Das kriegst du hin, denn das nimmt dir die Nervosität. Du weißt doch, wie es ist. Du bist dann relativ schnell im Flow auch drin in deinem Vortrag. Und diese Unsicherheitsminute, die kriegst du weg, indem du den Anfang vorher auswendig drauf hast. Dina Klingspur hat es bestätigt und deswegen gebe ich dir das auch nochmal mit, denn das ist auch mein Credo. Als Bonustipp für alle, die überlegen, Netzwerken, ich traue mich nicht so bei Veranstaltungen, bei Seminaren, in der Pause andere anzusprechen, obwohl es schon wichtig wäre, als Selbstständiger, als Dienstleister, da Kontakte zu machen oder auch innerhalb eines Unternehmens, wenn du an einer Karriere bastelst. Frau Klingspur sagt, Netzwerken ist für sie die Beziehung zu verschiedenen Menschen in verschiedenen Bereichen zu schaffen, auf die man zurückgreifen kann, die einem helfen und denen du vorher auch geholfen hast, idealerweise auch erstmal geben, anstatt zu nehmen. Wie sie das geschafft hat, das hörst du im ausführlichen Erfolgreich-Reden-Podcast. Der Link direkt zum Podcast unter dieser Folge und mein Geschenk für dich, Thema Netzwerken. Ich habe ein kostenfreies E-Book geschrieben, die besten Tipps, wie du netzwerkst. Da ist ein Tipp für den Schüchternen dabei, aber auch für einen, der sagt, naja, ich kann ganz gut reden, aber ich weiß nicht, wie ich ins Gespräch reinkomme. Wie du auffällst, auch ohne etwas zu sagen, die sogenannte T-Shirt-Methode, auch die stelle ich dir vor. Aber schenke ich dir alle Tipps, die sich bei mir in meinem über 25-jährigen Berufsleben schon bewährt haben, so kriegst du deine Schüchternheit wirklich überwunden. Also der Link zum Erfolgreich-Netzwerken-E-Book auch unten in dieser Videobeschreibung, genauso wie der Link zum Podcast. Ich fasse zusammen die drei großen Learnings, damit auch du lernen kannst, zu präsentieren wie ein CEO, wie ein Vorstand oder wie hier Vorstandsvorsitzende in der Klingspor. Erstens, investiere eine Viertelstunde in die Zielgruppenanalyse. Wer hört mir zu? Wie kann ich Schlüsselworte nutzen, damit die auch bei mir bleiben, damit die einen Mehrwert erkennen? Zweitens, Vortrag schreiben in gesprochener Sprache und drei-, viermal üben, wenn es wichtig ist, zu Hause. Und drittens, den Anfang kannst du auswendig, weil dann hast du kein Problem mehr in den Flow zu kommen, wo du dann ja immer sicherer wirst, weil du dich dann an die Vortragssituation gewöhnt hast. Drei Top Learnings, beherzige sie und präsentiere ab sofort wie ein CEO. Freue mich, wenn dir das Video weitergeholfen hat. Daumen hoch, gerne und den Kanal abonnieren. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, inwieweit dir die Strategien helfen oder wenn du konkrete Fragen hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.